Hallo meine Freunde, wie geht's euch? PatagardXGaming hier und herzlich willkommen zur nächsten Folge von Ich spiele, du lernst für FIFA 13. Heute möchte ich eure Flankenfähigkeiten verbessern. Falls ihr weitere Ich spiele, du lernst Videos sehen wollt, dann klickt jetzt auf den Bildschirm und ihr gelangt zur Playlist. Alternativ einfach dem Link in der Videobeschreibung folgen. In meinem bereits hochgeladenen Flanken-Tutorial sind alle grundlegenden Dinge zum Flanken erläutert. Ihr findet es in dieser Playlist hier. Ja, alternativ könnt ihr auch auf meinen Kanal gehen, aber falls ihr das Video schon gesehen habt, dann erinnert ihr euch sicher an meine Flanken in den Rückraum. Diese möchte ich heute detaillierter darstellen und somit euer Angriffsspiel verbessern. Hier ist unser erstes Beispiel. Was ihr seht, ist mein Spieler Asaidi, der durch die komplette gegnerische Abwehr tanzt und am Ende in den 16er eindringt, den Ball in den Rückraum flankt, wo Rooney angerauscht kommt und den Ball unhaltbar im Tor versenkt. Hier die Analyse. Die Flanke in den Rückraum ist eine sehr, sehr gute Methode, Tore nach Flanken zu erzielen. Ich zeige euch nun warum. Als ich in dieser Position hier war, war es fast unmöglich, diesen Spieler hier in der Mitte anzuspielen. Er war von zwei Abwehrspielern umgeben, was aber zu einem Freiraum vor den genannten zwei Spielern führt, den ich hier gesehen habe. Ich wusste nun schon, dass ich diesen Raum nutzen möchte und bin weiter zur Grundlinie gelaufen. Dort angekommen, musste ich den Ball nun also reinflanken. Mein Spieler in der Mitte war immer noch umgeben von Abwehrspielern und hätte ich den Ball zu ihm gespielt, wäre die Chance, dass er den Ball wirklich bekommt, sehr gering. Doch da gibt es ja auch noch den Rooney hier, der gerade einen Lauf in den eingangs erwähnten Freiraum startet. Nun ist es wichtig, die Flankeneinstellungen auf Semi oder Manuell zu haben. Dadurch habt ihr eine bessere Kontrolle über die Flanke und ihr braucht ca. 30-50% Power für eine Flanke in den Rückraum. Dies hängt aber vom Spieler und der genauen Position ab. Zielt immer ungefähr zum Elfmeterpunkt. Haltet einfach den linken Stick in diese Richtung und führt die Flanke aus. Das habe ich da noch letztendlich getan. Diese Methode ist sehr gut, denn hier habt ihr die Möglichkeit, mehr Power hinter den Schuss oder den Kopfball zu bekommen, wenn der Ball von der Grundlinie zurückgespielt wird. Euer Spieler wird versuchen, sich in der Mitte Platz zu verschaffen und falls er an den Ball kommt, ist es meistens ein Tor. Gehen wir über zum nächsten Ballspiel. Dieses Mal kommt der Ball von Zaha, der die Flanke in den Rückraum ausführt und Dede wartet in der Mitte und vollendet sie mit dem Kopf. Hier ist es die gleiche Situation wie im vorherigen Beispiel, nur ohne den Freiraum. Aber daran erkennt man leicht, wie effektiv diese Methode ist. Hier sind zwei Spieler um Dede, aber er bekommt es trotzdem hin, den Ball reinzumachen. Hier seht ihr nun noch ein paar weitere Beispiele. Es ist immer das gleiche. Flankt den Ball in den Rückraum zum Spieler in der Mitte. Manchmal habt ihr sogar etwas Zeit, den Ball zu kontrollieren und zu verarbeiten und dann ein sicheres Tor zu erzielen. Der Elfmeterpunkt ist für euch ein guter Orientierungspunkt in der Mitte und grundsätzlich ist es nur wichtig, dass der Flankengeber vor dem Passempfänger in der Mitte ist und somit ein Rückpass oder eine Flanke in den Rückraum erst möglich wird. Einfach eine sehr, sehr effektive Methode, um nach Flanken Tore zu erzielen und das Angriffsspiel zu erweitern. Alles klar meine Freunde, das Video hier neigt sich dem Ende. Ich hoffe es war hilfreich und falls es euch gefallen hat, bitte ich euch einen Like da zu lassen. Wer in Zukunft mehr von mir sehen will, sollte nicht vergessen mich zu abonnieren und ja, ich bin raus, macht's gut Leute, haut da rein, tschüss.